Der Zollern-Albkreis brauche bessere Schienen und Straßen. Dieser Meinung ist die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut. Deshalb hat sie Verkehrsminister Winfried Herrmann in die Stadthalle Balingen eingeladen und mit ihm und anderen Amtsträgern über die Zukunft des Verkehrs im Zollern-Albkreis diskutiert. Viele Straßen seien stark sanierungsbedürftig und die Regionalstadtbahn könne nicht schnell genug vorankommen. Hoffmeister Kraut versprach, den Verkehrsminister die Anliegen der Bewohner des Zollern-Albkreises nicht vergessen zu lassen.